hallo und ja willkommen zurück zu des mittel wir sind im desert im desert sind wir angekommen endlich und wir haben uns schon eine schmelze gebaut ja wir wollen jetzt hier sukzessive mal alles ausräumen ich wollte das eigentlich zwischen den folgen schnell machen aber ich war zu faul hier alles leer zu räumen also schauen wir mal dass wir zumindest mal und wir könnten mal was essen ohne dass wir zumindest mal die wichtigsten sachen hier klar machen wir nehmen ein juicy so zack den haben wir ja nämlich nämlich ein radio we already have more than enough from me we should not be greedy this is an automated recording sent from k 23 the crown station gut radio hammer vielleicht nicht die elektronik part aber so nehmen wir noch die kühlschränke mit hätte ich gesagt und die waschmaschine vielleicht schaffen wir es dann die säge zu bauen nicht schlecht okay das immer zack zack ohne mikro ohne mikro geil so jetzt flitzen wir mal kurz zur waschmaschine die hat nichts ne mist mist hier gibt es auch noch elektronische sachen vielleicht hier noch was so schnappen wir uns das zeug hier schnell so dann ist der raum leer jetzt gucken wir aber noch mal ähm 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 inventory die knarre mal beiseite legen zack so schauen wir mal kurz können wir das ding jetzt bauen nein uns fehlen immer noch elektronik teile verdammt verdammt nochmal verdammt nochmal also platinen fehlen uns keine elektronik parts sondern platinen scheiße schade okay ja gut führt keinen weg dran vorbei wir müssen parts suchen können wir hier den scheiß mitnehmen okay elektronik parts wird es hier nicht geben ja ich habe das gummi gesehen warte mal hier war doch hier oder man hier sind ja voll viele von den pflanzen so das hat aber auch nicht anders verdient ne ist nicht wahr ach das ding ist schon platt hab ich nicht hier richtig erkannt ne so okay das machen wir das ist klar die sind hier relativ easy aus so viel zu richtig easy ja jetzt müssen wir nur mal jetzt müssen wir nur mal gucken okay hier ist auch so eine bank das ist ja fies oder war das hier braucht man die schaufel sagen wir mal hier den scheiß fällen das kann man nicht fällen die bank lassen wir mal stehen ja jetzt müssen wir jetzt müssen wir uns mal darüber im klaren werden welche bank genau ist es denn zu sehen war im hintergrund auf jeden fall die impedance die Steel so, warte mal Zaun Zaun ist hier den Tower finden wir auch gut Oh, hier gibt es ja immer drei Blätter. Das ist ja mega. Kann man die auch wegmachen? Jetzt habe ich natürlich die Schaufel nicht eingepackt. Ich trottel. So, jetzt haben wir mal die Schaufel wenigstens dabei. Das ist schön mal besser, wenn man was ausgraben will. Habe ich gehört. Das macht Sinn. Hier kommt man überhaupt gar nicht rein. Kommt man überhaupt rein? Was ist denn das überhaupt für ein Gelände, frage ich mich. Wenn hier jetzt irgendwo eine Bank wäre, dann wäre der Spot nicht so schlecht, ne? Kleine Dreckspflanze. Ja, keine Chance, die Hunde. Wir sind so gut ausgerüstet, dass der blanke Wahnsinn ist. Ja, okay, hier ist die Bank scheinbar nett. Kann man das Foto eigentlich nochmal angucken? Das sind die Erledigten, ne? Ja. Ah ja, Show the Foto. Da ist eine Bank, ein Weg, eine Bank und der Stein. Weg, Bank, Stein. Können wir uns merken, ne? Gucken wir nochmal. Da ist noch ein Fischspot. Was ich mir auch merke. Lauf ich gerade in die richtige Richtung. Ja. Kann man sich hier eigentlich nicht eine Abkürzung haben? Nee. Glaub's nicht. Ah, nein, das wollte ich doch gar nicht. Damn it. Okay, was nehmen wir? Was ist denn Doktor? Fast learner. Jo, wir nehmen das. Komm. Da haben wir aber gar nicht lang rum. Okay, jetzt ist natürlich blöd, dass alles wieder da ist. Geh weg. Geh weg. So, die Schaufel haben wir. Ah, nee. Ich will immer gar nicht hier die, die Dinger hier verschwenden eigentlich. Ist der blöd? Ja, an der Tür aufgelauert, du Arsch. Okay, haben wir die Minen schon wieder rausgehauen. Sehr gut. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, đây ist die SECOND. Wait, das war das wicked. Oh, okay. So, die Hütte ist auch wieder voll Sehr gut Sehr, sehr gut Guten Tag Was machst du da? So ein Trottel Da war er festgepackt Oh, der Ärmste So, dann haben wir das Haus hier auch wieder gecleared Wunderbar So, es geht ein Weg zur Bank Das ist schon mal nicht die Bank hier Und die Bank auch nicht Okay, dann sind wir schon mal ein Stück schlauer Die Bank ist es auch nicht Vielleicht sollten wir die einfach platt machen Dann kommen wir gar nicht mehr in die Versuchung Ach, da bist du auf Plätzen Alter, was geht bei dir? So, dann haben wir das Wunderbar Wunderbar Na ja, da geht's ja drin ab, hm Okay So, jetzt machen wir uns hier mal eine Abkürzung Würde ich sagen Ja Dann machen wir uns hier noch eine So Dann haben wir es Okay, hier ist wieder so ein Zaun Das ist natürlich Nee Kann man auf die Map gucken Ah ja, das ist der Zaun Okay Dann sind wir hier quasi einmal rum Hm Dann würde ich sagen Gehen wir nach oben, gell? Wo ist die Bank? Die Bank ist es auch nicht Hier, hier ist das Ja Okay Ja Zufällig gefunden, geil Okay Den weißen Baum Hm, hm, hm Ein bisschen Brennmaterial hier noch mitnehmen Das müsste der weiße Baum sein, ja Oh ja, okay Eieieieiei Da war ja richtig Was? Ist ja richtig was geboten Hier So, jetzt schmollen wir das Zeug hier raus Ja, die Platinen haben wir immer noch nicht gefunden, oder? Sehe ich das richtig? Oh, ich glaub schon Platinen Sechs Stück haben wir Wie viel brauchen wir denn? So, wie viel braucht man? Zehn Scheiße Ja, zehn haben wir nicht, ne? Ja gut, dann machen wir uns auf in diese andere Stadt Da gab's ja noch einer, ne? Hätte ich gesagt Weil alles andere macht, glaub ich, wenig Sinn Hier rum zu eiern Ähm, die andere Stadt Die war da am Aar der Welt Okay, wir kommen hier zwischendrin eh noch an einem Lagerfeuer vorbei Das ist gut Hier noch das Ding Gab's da Platinen? Ne Schade Also vor denen hab ich jetzt mittlerweile auch keinen Schuss mehr Das einzig Nervige sind immer noch die Skelette Aber die Skelette, die sind echt Ja, die sind, äh, die sind gut Die find ich gut Ich brauch mal wieder das Schwert hier Da machen wir mal die Messer rein Ja Oh, leck 1321 Damage Bös krass, oder? So, Pflanzen gibt's hier ohne Ende Und hier gibt's irgendwo ein Feuer Das ist gut, das mach mal Ui, ui, ui Hier gibt's dem Engelstag Oh, da gibt's ne Kiste Oh, ja Wir brauchen unbedingt Platinen, Mensch Scheiße Ja Aber hier gibt es mal keine Platinen. Da müssen wir gleich mal weitergucken. Ich hoffe, wir finden aber hier. Und ein Turm. Ein Turm wäre auch sehr geil eigentlich. So, dann haben wir hier alles. So, dann versuchen wir unser Glück mal bei der Zapfsäule da vorne. Vielleicht haben wir Glück, ne? Ui, 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 die geht ja ewig, ey. Ne, keine Platinen. Ich kotze. Ah, hier ist wenigstens mein Turm. Ach, wenigstens, wenigstens den Hammer. Das ist schon mal gut, weil dann können wir auch ab und zu mal pennen. Ach du Scheiße, ist das Land riesig. Boah, da haben wir ja richtig was zu tun. Ach du Scheiße. Ah, zap. Okay, jetzt ist wenigstens alles, was wir machen, endgültig hier, was die Mops angeht. Das ist gut. Oh, geil, ein Zug. Das ist ja cool. Oh. Und wir kriegen die kleinen Mana Beans. Das ist doch auch schön. Jo, beruhig dich mal. Der ist ja mal so aufgeregt, muss ich sagen. So, mal Scheiße hier wegmachen. Platinen, wo habt ihr euch versteckt? Liebe Platinen, ich weiß, dass ihr hier irgendwo steckt. Das ist doch ein Mischer, der dauert aber auch lang. Ei, 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 ei. Null Platinen, schade. So, was gibt's hier in der Aufgabe? Okay, jetzt gucken wir mal. On the track to nowhere. Mhm. Ja, toll, ich soll den Dings reparieren, den Zug. Ah, toll. Wieso muss ich den Zug reparieren? Frage ich mich gerade. So, ein bisschen Zeit hier. Okay, die Traktoren sehen aber auch sehr geil aus, ne? Muss ich sagen. Ja, Zug fahren. Okay, okay. Ich meine, ich bin dabei. Wie geil ist das bitte? Den muss ich mir gleich nochmal angucken. Ah, ja. Wie cool bitte. Also, ich find's cool. Okay, jetzt brauchen wir halt nur die Teile zum reparieren, ne? Ausgesperrt, den Drecksack. Hey, was ist los? Ach ja. Schön. Jo, 80 Radios sollen's sein. 37, Hammer. Alter. Da haben wir auch noch ein bisschen was vor uns, ne? Ja, behaupte ich. Ja. Gerade mal kurz hier aufräumen. Ja, immer noch keine Platinen. Yeses. Das ist ja... Das nervt mich ein bisschen, ne? Ich will doch mein Schwert aufwerten. Und das geht halt nur mit Platinen. Guten Tag. Ich will ja nicht stören, aber... Was ist hier los? Gruppenduschen, oder was? Hier gab's doch irgendwo was zum Kochen, oder? Gab's hier nicht irgendwo einen Kochtopf? Dachte ich. Ja, denn wir wollen ja das Katana nochmal upgraden. Das heißt, wir brauchen Lumba, Lumba, Lumba. Und für Lumba, Lumba brauchen wir noch vier Platinen. Ohne die wird's nicht gehen. Ob's hier Platinen gibt? Ah, ich weiß, das ist nett. Eher nicht, oder? Ach, schön. Oh. Eigentlich wollte ich hier die Fässer zum... Genau, das wollte ich. Jo, hauen wir mal ein paar Handgranaten raus. Haben wir ein paar davon. Geil. Ach, ich dachte, da gibt's noch eine Explosion. Gut. So, kann man auch Zeug kriegen. Electronical Parts, beziehungsweise eine Zertine. Oh, da war eine. Geil. Oh, oh, nein. Jetzt können wir die nicht mitnehmen. Komm, wir schmeißen was weg. Stoff, ne? Stoff braucht kein Mensch. Ah, ich glaub's nicht. Echt jetzt? Manchmal finde ich das System ein bisschen schwierig. So, jetzt aber. Okay, eine Platine haben wir. Das heißt, wir müssen Ausschau halten nach PCs. Die bringen ja auf jeden Fall Platinen. Nein, nein, da wollte ich nicht landen. Okay. Ja, wir sind schon wieder bei 31 Minuten. Ich würde sagen, die Jagd nach den Platinen geht gleich weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch eine tolle Zeit. Bleibt mir alle gesund. Und ihr wisst ja, Däumchen wäre ein Träumchen. Danke. Ciao. 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 Ciao.